Das Schöne an Traditionen ist, sie bleiben immer gleich. Das gilt auch für das alljährliche Schützenfest und den dazugehörigen Fackelumzug. Die Kinder freuen sich schon lange auf die Veranstaltung, die Schalmeienkapelle Flechtingen ist auch schon da und der jüngste Trommler übt nochmal. Und jetzt ist es endlich soweit, die Fackeln werden angezündet. Das Feuer dann weitergegeben und angeführt von der Freiwilligen Feuerwehr setzt sich der Zug in Bewegung. Das Feuer dann wieder auf die Veranstaltung. Der Marsch führt von der Grundschule über den Breiteweg bis zum Kreisverkehr und dann zurück über die Burgenser Straße zum Anger, auf dem das Festzelt aufgebaut ist. Musik Zum Schützenfest gehört auch immer ein kleiner Rummel mit Autoscooter und einem beinahe historischen Kettenkarussell. Es gibt alles Mögliche zu naschen und für die Kleinsten ist die Freude auf dem Karussell noch immer das Größte. Musik Musik